Was geht ab heute? Ich spreche TAF10. Wie ihr mitgekriegt habt, steht seit neuestem unsere ASLAK. Shop ist online. Wurde hochgefahren, auf Deutsch gesagt. Und ihr könnt euch auf unserer Seite überall geile Sachen bestellen. Die ASLAK-Kollektion steht seit heute online auf jeden Fall. Richtig geile Klamotten. Habe ich diesmal selber entworfen. Zum ersten Mal mit meinem Manager zusammen. Es ist eine geile Sache geworden auf jeden Fall. Ihr müsst hier checken, bestellt euch Sachen. Mixtapes werden bald auf jeden Fall hochgeladen. Was ist hochgeladen? Mixtapes werden zum Verkauf dastehen. Ob es jetzt von Chillum ab zu das Midwagentape ist. Oder vom ASL das Mixtape, was jetzt bald kommen wird. Und wir werden eine kleine Plattform für die ganzen Rapper in Deutschland. Was für die ganzen Rapper? Für die Rapper, die ich feiern. Wir haben eine kleine Plattform erstellt. Wo ihr da Mixtapes bestellen könnt, die ihr nur auf unsere Seite kriegen werdet. Ein Forum würd's auch geben. Oder? Wir haben ein Forum, wo ihr euch über Julien's behinderte Fresse austauschen könnt auf jeden Fall. Und ihn da beleidigen könnt. Es wird extra ein Forum für ihn geben. Wo ihr den ganzen Tag seine Mutter beleidigen könnt. Weil es ja ein kleiner Hohensinn ist. Wie es ja schon offiziell ist. Hat er ja schon selber zugegeben im letzten Interview von sich. Und äh... Ja... Die Ansatzseite ist auf jeden Fall am Start. Und ihr seid herzlich willkommen. Wenn ihr Ahnung von Musik habt. Wenn nicht, dann kommt bitte nicht auf unsere Seite. Weil ihr da nichts verloren habt. Okay? Abgefühl ist raus. Und das wäre der Bar durch. Was ist das? Boop.